Hör rein. Da staunst du, weißt? Was willst du denn hier? Ja? Herr Müller, schön, dass Sie zurückrufen. Folgendes, ich habe Ihr Angebot geprüft und das können wir so machen. Dann schicke ich den Vertrag noch heute raus. Auf Wiederhören. Geschäfte laufen gut, was? Lass die Finger von meinen Unterlagen. Okay, okay. Also? Wie deine Mutter. Nicht lang drum herum reden. Was willst du? Also, wie du weißt, verdiene ich mein Geld damit, Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Und momentan bin ich ein bisschen klamm. Du willst mich doch jetzt nicht ernsthaft fragen, ob ich dir Geld für deine Spekulation leihe. Doch. Du hast sie doch nicht mehr alle. Eigentlich hatte ich mit ein bisschen mehr familiäre Unterstützung gerechnet. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Kommt jetzt die Generalabrechnung mit dem Rabenvater? Damit bin ich schon lange durch. Bisher hatte ich bloß noch keine Gelegenheit, das dir auch mal ins Gesicht zu sagen. Wo warst du denn all die Jahre, hm? Ich weiß nicht, was für Fall war du dich diesmal rumgetrieben hast. Das geht dich in feuchten Dreck an. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Raus. Hör mal... Raus. Okay. Und danke für... kommen die Gespräch dazu. Sprech. Das ist ja. Sayang. Oh, wie war's. Öffentlich. Jetzt sind wir... ...kirren. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018